Hey Leute, wir sind eures RayDogs, Basti und Justin. Wir wollten mal fragen, wie euch die ganzen Let's Plays gefallen haben, die wir für euch gemacht haben. Und falls euch etwas an diesen Let's Plays nicht gefallen hat, schreibt uns einfach oder macht einfach einen Kommentar unter das Video und sagt, was wir noch verbessern können oder was schlecht ist. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt uns und supportet uns. Das ist uns auf jeden Fall wichtig. Ja und wir wollten noch fragen, ob ihr Lust auf andere Let's Plays habt. Es wäre halt cool, Together. Muss aber jetzt nicht Together sein. Kann auch ein einzelnes Spiel sein. Würden uns auf jeden Fall über Kommentare jetzt freuen. Ja und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!